hallo ist der martin von money monkeys dass die taxe analyse für nun montag den 13 12 2021 damit auch den start in die verfallswoche hinein und unser dax hat zum freitag zumindest schon mal eine schöne kurve geschlagen nicht ganz so dynamisch wie es vielleicht auf dem bild hier aussieht aber zumindest eine schöne kurve geschlagen wir hatten darüber gesprochen wenn er schwach rein starten sollte im bereich um 550 rum sich dann nach oben aufdreht dass er dann eben auch potenzial gehabt hätte bisschen bis ins tagesende rein zu steigen wenn wir uns jetzt anschauen was er gemacht hat das ist eigentlich ziemlich präzise das abgelaufen damit kommen wir durchaus mit einem aufdrehen in den montag hinein was ist ihm insbesondere wenn wir im target start gucken natürlich nach oben hin unheimlich leicht macht und jetzt land zu gewinnen also weiter zu kommen halt das heißt primär wird ich zum montag hat sich ein bisschen aufpassen vielleicht nicht unbedingt um die xetra öffnung schon drumherum hier meine signale zu suchen aber alles was danach passiert so ab 10 ohr und denke ich dürfte dürfte durchaus dann ja wertigkeit besitzen das heißt wäre der dax oder würde der dax nach 10 ohr noch oberhalb von 15.690 rumhampeln 15.700 würde ich ihm nach oben raus erst mal keine grenzen geben ja also wenn ich das jetzt hier so richtig sehe hätten wir wahrscheinlich ein offenes gap hier noch im bereich der fighter form im bereich um 15 8 30 was noch geschlossen werden könnte wir gucken mal nee das ist schon zu oder ist es zu doch das ist schon zu ist kein geld mehr das hat es zugemacht aber trotzdem wäre das mit der bereich also wenn wir hier über oberhalb von oberhalb des freitags haben es ganz einfach zu sagen oberhalb des freitags zu intendieren über 15 680 über 15 690 über 15 700 wenn er darüber tendiert hätte schon potenzial wieder rein die 57 wieder rein in die 8 30 und dann eben auch weiter ran an die 39 925 hier das gap zu machen höher dann auch 940 die altbekannte marke wieder weiter dran an die 16.000 rein in den gap los bei 16.060 bis hoch 16.100 das wäre durchaus am montag möglich wenn er sich positiv zeigt und wenn er insbesondere oberhalb vom freitag rum tornt weil ich sag mal am tag jetzt startet das schon ein deutliches aufdrehen dann haben wir eine kleine korrektur bewegung die federt jetzt hier ab kriegt er jetzt nach oben nach oben richtig schwung rein dann kommt hier kommen hier wieder lange grüne kerzen das muss ich direkt schon am montag eine riesen lange grüne kerze sein es kann auch erst eine zwischen kerze sein und dann stellt der dienstag noch mal eine hinterher fakt ist alles was da jetzt über 15.700 geht für mich zum montag einfach positiv zu werten weil das viel zu sehr danach aussehen würde wie es würde dann hier der den nächsten anstiegsabschnitt einfach losgehen na ich denke das ist relativ offensichtlich das dürfte auch nicht viel interpretations spielraum lassen aufpassen sollte man nur wenn unser dax einfach unterhalb bleibt sagen wenn unser dax gar nicht über der 15 680 rum haben will gar nicht über der 15 700 rum haben bild vielleicht anfänglich eher so im bereich um 650 600 rum zappelt und uns dann unter den freitag kippt das wäre ein bisschen gefährlich na also wenn er hier drunter geht unter 5 30 auch würde ich ihn tatsächlich dann auf den gap close zu laufen sehen dass man hier vielleicht einen kleinen 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 trigger noch mit rein machen könnte ja wenn er da jetzt noch mal drunter geht glaube ich geht in den gap close und ansonsten hätte jetzt schon eher potenziale da oben raus zu arbeiten ja also wir nehmen das mal hier mit risiko dann nach unten wenn er da noch mal rumhampelt komme ich jetzt hier an ohne dass der magneten stört nee das könnte ich doch mitnehmen und ansonsten würde ich hier eher jetzt sagen wieder hoch wieder weiter hoch richtung der ziele die wir gerade genannt erwartet ich gerade ja so dass noch mal 57 38 39 49 25 insbesondere hier der gap close und 16 60 16 100 das sind so die nächsten station deswegen brauchen wir eigentlich nicht mehr besprechen das ist alles freitags ist verfall am freitag ist großer hexensabbat großer verfall ich beachte das insofern immer bei verfalls wochen dann doch oft eine andere bewegungsstruktur einfach haben nehmen wir aber nicht die verfallstagsdiagramm option zur seite einfach weil das zu oft nicht klappt und der markt dann in die richtung läuft wo man eigentlich nach verfalls option ihn nicht gesehen hätte und dann sitzt man die ganze zeit da und handelt gegen den markt und das bringt nichts und wenn ich euch sowas zeige dann weiß ich dass 80 prozent von denen die gucken dann denken der markt muss da auch wirklich dahin wo die verfallstags optionen das zeigen weil das professionell aussieht und weil das wichtig aussieht und weil man sowas vielleicht auch noch nicht unbedingt immer gesehen hat und dann versteift man sich drauf dass das dann zum verfall auch tatsächlich so eintreffen muss und da weiß ich dann wenn das dann nicht so ist dann 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 hängen viele da einfach mit dem kopf dagegen und sind dann nicht bereit dem markt einfach mitzugehen und das ist viel viel wichtiger deswegen lassen wir das einfach weg mache das grundsätzlich nicht mehr das haben wir mal von der zeit das vor ein paar jahren haben wir das immer gemacht haben immer drauf geguckt und zwar einfach zu oft so dass der markt dann einfach genau auch in eine andere richtung gerannt ist wie wo man gesagt hat also nach verfall müsste eigentlich dort abrechnen und dann hat er ganz woanders abgerechnet und deswegen lassen wir das raus wir nehmen einfach zu erkennen dass das verfall ist das heißt wir stellen uns darauf ein dass die bewegung etwas ruppiger sind auch ein bisschen aus dem mustern raus springen eine höhere fehl signal dichter einfach drin ist jetzt diese woche das heißt den einsatz kann man natürlich auch ein bisschen anpassen wenn man in verfalls wochen nicht ganz so gut arbeitet und das man sollte das auf dem radar haben einfach eine veränderte bewegungsstruktur durch andere zwänge einfach die jetzt termin gebunden an einem bestimmten zeitpunkt sind das heißt anleger haben nicht unbedingt mehr die zeit wenn sie denn auf dem verfall gewettet haben haben nicht mehr die zeit jetzt zu sagen okay ich warte halt den nächsten rücklauf auf um irgendwo noch mal eine absicherung reinzubringen nein die sind da jetzt viel viel mehr unter druck und zwang und das merkt man in der bewegung über die woche einfach ganz 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 deutlich immer wieder zeichnen sich verfalls wochen durch ziemlich abgespacete moves einfach aus also da springt dann wie so ein gestochener manchmal wirklich auch rum da muss man sich einfach ein bisschen für offen halten und mit teilverkäufen arbeiten dann aber schnell auch mal wieder was umgetreten wird umgekippt wird stop loss nachziehen und so weiter also einfach ein bisschen anders arbeiten wie wie das sonst der fall ist weil einfach verfalls woche ist gut und von daher würde ich das sagen und lassen wir das dabei auch hier wir brauchen nicht mehr zeit verlieren ist eigentlich relativ klar der chart da gibt es nicht viel wenn nun aber da gibt es so zwei varianten die ich sehe und die liegen auch recht klar da hat jetzt schön mitgespielt auch also eigentlich vom ausbruch hier oben bisschen drüber geschossen ja aber hat man ja dann schon gesagt dass er wahrscheinlich erst mal wieder zurückgeht das gäbe auch offen lässt das hat man hier oben schon gesagt dass er hier gut und gerne noch mal in dem bereich zurücklaufen kann das hatte nun getan da haben wir gesagt sollte man hier gucken dann dreht er wieder grün aufkommen kommt er vielleicht sogar mit einem schwachen start rein zieht sich recht früh wieder hoch das ist alles so eingetreten also deswegen denke ich brauche man da nicht zu viel jetzt auch rumwischen hier an dem das einfach so wie es ist und guck mal wie am montag reinkommt machen das beste draußen aber denke das passt soweit ganz gut also ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen am montag und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss